Liebe Eltern, wenn ihr wollt, dass eure Kinder nie Geld für Drogen haben, dann macht sie zu Gamern. Dieses Hobby wird immer teurer und die PS5 Pro ist der absolute Beweis dafür. Aber lasst mich erstmal von vorne anfangen und die Bremse ziehen. Vor wenigen Tagen wurde die Playstation 5 Pro angekündigt, als Mid-Gen-Update. Und es gibt eine Menge Vorteile der Konsole, aber auch ein paar Nachteile, die ziemlich unauffällig sind. Aber vielleicht, wenn ihr ganz besonders aufpasst, fallen sie euch auf. Deswegen habe ich heute das Vergnügen, das Ganze für euch zusammenzufassen und euch zu erklären, warum die Ankündigung ein Flop ist wie Rings of Power Season 1. Aber weil ich ein grundsätzlich positiver Mensch bin, fange ich erstmal mit den Stärken an. Die Playstation 5 Pro kommt selbstverständlich mit fetter neuer Hardware. Und solange es kein Update für die Xbox Series X gibt, müssen die sich das mit der Most Powerful Console nochmal neu überlegen. Sony bezeichnet die neue Hardware als The Big Three und die kann sich sehen lassen. Die Grundausstattung der Playstation 5 wird in drei Hauptkomponenten massiv erweitert. Komponente 1 ist die GPU. Der Motor, der die Maschine ausmacht mit 67% mehr Computing-Units und 28% schnellerem Speicher, soll zu 45% schnellerem Rendering führen. Wem diese Zahlen erstmal nichts sagen, keine Sorge. Nachdem wir die drei Kernkomponenten besprochen haben, erkläre ich euch noch, wie sich das auf die Spielerfahrung auswirken soll. Komponente 2 ist Advanced Raytracing. Raytracing, also die akkurate Berechnung von Licht, führt zu deutlich schöneren und realistischeren Bildern. Die aktuelle Konsolengeneration hat bereits versucht, sowas mehr im Konsolenbereich zu etablieren. Allerdings ist man hier oft beschränkt auf entweder nur die Schatten beispielsweise oder man ist limitiert auf 30 FPS. Konsolen waren bisher einfach nicht stark genug, aber die PS5 Pro soll genau das sein. Was es zur Komponente Nummer 3 bringt? Ein Buzzword, was ihr bestimmt schon ganz oft gehört habt in letzter Zeit. AI-Driven Super Sampling nennt sich das und soll mit KI und Machine Learning in der Lage sein, Bilder schärfer darzustellen. Im Grunde lässt sich die Hardware-Komponente also einfach mit mehr Power zusammenfassen, auch wenn merklich die CPU kein Update erhält. On top kommen WiFi 7 und 2TB Speicher. Das klingt alles schön und gut und bringt uns zum Versprechen bzw. dem Selling Point der PS5 Pro. Wenn ihr Konsolengamer seid, dann kennt ihr eine Entscheidung ziemlich gut. Ein neues Spiel kommt raus, die Trailer sehen unfassbar gut aus, ihr freut euch auf das Gameplay und werdet beim Starten dann begrüßt mit der schwierigsten Wahl eures Lebens. Qualität oder Performance. Mehr Frames oder höhere Auflösung und Details. Tatsächlich wählt scheinbar die meisten die Framerate und generell empfehle ich das auch immer. 30 FPS fühlt sich heutzutage einfach laggy und unresponsive an. Aber manchmal möchte man auch als Konsolenspieler Raytracing und 4K genießen. Die Handregel ist normalerweise bei schnellen Spielen wie beispielsweise Shootern die Framerate höher zu setzen und bei langsameren Spielen auf die Qualität zu gehen. Was die PS5 Pro verspricht, ist aber genau diese Entscheidung redundant zu machen. Ihr müsst nicht mehr wählen zwischen Qualität und Performance, sondern klingt dank der Power einfach beides. Und dieses Versprechen klingt eigentlich schon mal ziemlich stark. Wie beeindruckend das sein kann, zeigt uns die Vorstellung einiger Games auch, was mich zu den betroffenen Spielen bringt. Fangen wir mal easy an. Rückwirkend für über 8500 abwärts kompatible PS4 und PS5 Spiele wird es den Game Boost geben, der insbesondere für PS4 Spiele nochmal die Auflösung erhöht. Dieser Boost wird natürlich nicht so dramatischen Effekt haben, ist aber ganz nett. Die wirkliche Anpassung kommt durch die sogenannten PS5 Pro Enhanced Games. Das sind Spiele, die durch kostenlose Updates die erwähnte neue Leistung nutzen, um euch mehr Qualität zu bieten. Spiele wie Final Fantasy, Spider-Man 2, The Last of Us Part 2 sind dabei, aber auch kommende Games, darunter das anstehende Assassin's Creed Shadows. Klingt doch eigentlich super, solides Mid-Gen-Update mit ordentlich Power. Ich glaube, so ein Hardcore-Gamer könnte sich das Ding reinstellen, vielleicht für so 500 Euro. Ja, der wohl größte Nachteil ist der satte Preis. 800 Euro. 800 Euro, das ist eine Acht mit 2,0. 800 Euro, das sind 133 und ein Drittel Double Big Macs. 800 Euro ist für viele schon eine Monatsmiete. Sony, ehrlich, what the fuck? Fast schon so ein großer Flop wie Rings of Power Season 2. Und 800 Euro sind vor allem eins. Genug für einen PC. Und wenn man noch ein bisschen drauflegen möchte, sogar genug für einen richtig guten PC. Apropos drauflegen. Der Preis von 800 Euro beinhaltet kein Laufwerk und kein Standfuß, die du beide separat kaufen musst, wenn nötig. Möchtest du dir also die Konsole anlegen, wird also aus 800 Euro ganz schnell um die 1000. Und wie reagiert die Gaming-Community darauf? Nun ja, da die meisten von uns nun mal nicht Walter White sind, gibt es zu Recht Kritik. Ein paar der Benefits sind ganz cool, aber wenn ihr auf diese Bilder guckt, ist der Unterschied eigentlich fast nur für, ich sag mal, Feinschmecker merklich. Ist euch dieser Unterschied 1000 Euro wert? Ich bin selbst jemand, der möglichst viele FPS und hohe Auflöse mag. Gib mir Raytracing, gib mir 120 FPS, gib mir Fotorealismus. Aber irgendwann gibt es nun mal eine preisliche Grenze. Und holy fucking shit ist Sony da drüber geschossen. Und wenn euch die Qualität so wichtig ist, warum sollte man sich dann nicht gleich einem PC zulegen? Preislich sind die Unterschiede dann auch nicht mehr zu dramatisch. Und mit einem PC kann man nicht nur mehr machen als mit einer Konsole, sondern man hat auch keine weiteren Kosten in irgendwelchen Abo-Modellen und kann jederzeit einzelne Komponenten upgraden und so up to date bleiben. By the way, das Laufwerk für die PlayStation 5 Pro ist schon vergriffen und vielerorts gar nicht mehr bestellbar. Sieht also so aus, als würden sich die Skyper, die überall beliebten Gollums des Internets, schon darüber her machen. Naja, ich sag's euch ehrlich, für, sagen wir, all in 500 Euro hätte ich mir vielleicht überlegt, dieses Midgen-Update anzuschaffen. Aber wenn man bedenkt, dass es eigentlich gar nicht mehr so lange dauern kann, bis eine neue Konsolengeneration ansteht, gibt man ja hier knapp 1000 Euro aus für, was, drei Jahre? Aber was denkt ihr? Schreibt eure Meinung in die Kommentare, denn das war der kurze Recap zur Enthüllung der PlayStation 5 Pro. Ich bin gespannt auf eure Meinung und wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo da. Im Gegensatz zu Sony knüpfe ich euch dafür kein Geld ab, es kostet nämlich gar nichts. Damit euch danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.